Die Stimmung passt schon mal und gleich geht's auch schon los. Ich bin froh, dass ich wieder aufstehen kann. Ich glaube, das erste große Rennen der Saison. Ich bin gespannt. Also war mein erstes Rennen, wo ich wirklich bemerkt habe, ich kann es auch mit dem Weltbesten mit. Also das ist doch ein spezielles Rennen für mich. Und die Strecke ist auch super für die Zeitfahrmaschine. Das ist ein bisschen wellig, nicht zu viel Kürfen, meistens nur Power. Aber ja, es wird gut. Ich bin froh, dass Ihr Tag ist eine fantastische Tag der Rennen. Und die Strecke ist ein bisschen mehr. 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 Und die in die Strecke ist ein bisschen mehr. Die Strecke ist ein bisschen mehr, aber weder Mut. Und jetzt komm, 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 komm Junge! Mein Herz schlägt also für den Sport Triathlon und für den Duathlon, seit 1984 mache ich das Ganze und ich habe extra meinen Urlaub verschoben und zwei Tage, damit ich hier dabei sein darf. My husband is running in the 55-59 age group, so he's doing very well. Too many days in the darkness without a glimpse of the light Running tired and broken and scared But I swear I'll never give up the fight I see you broken and beat Head pulled down over your eyes Every part of you wants to surrender Darling, you were meant to survive With every start we are born again Open your heart and spend this time in your head With every start we have a little more time in your head What an outstanding race, Kenneth von den Dresa is the European Champion Sieben Hochschwein aus Deutschland, Braunschwein der Meier! Sie hat so viele von den großen Namen gespielt. Melanie Mauer, zwei Minuten lang hinter sie. Das ist eine fantastische Performance von Dieter Dieter Ritz. Was ein großartiges Rekord-Bruns. Sie sind auf der podium mit der Braunschwein. Dieses Jahr, wir sind einfach unendlich glücklich. Auch das ganze Team, dass wir das jetzt gestemmt haben, der Europameisterschaft. Hier in Alsdorf, in dieser beschaulichen, überschaubaren Stadt mit noch nicht mal 50.000 Einwohnern. Das ist einfach großartig. Ich liebe es. Es ist die erste Mal in Alsdorf. Wenn ich es vorher wusste, war dieser Kurs sehr schön. Ich glaube, ich hätte es vorher schon gewonnen. Es war einfach großartig. Eine wirklich schöne Atmosphäre. Eure Honest-Kurs. Ja, es ist einfach großartig. Ich konnte mich die ganze Zeit nicht freuen, weil es immer so ekelhaft anstrengend war. Aber irgendwie gehört das auch dazu. Das ist halt Duatlon, ne? Ich glaube, wenn das nicht wehtut, dann macht noch etwas falsch. Aber ich denke, die Straße war großartig. Weil ich habe auch andere Straße-Typen erlebt. Also es war flatt und leicht. Ja, es sind sehr schöne Strecken. Mal habe ich den deutschen Meister gemacht. Den M80. Mittlerweile bin ich die F85. Und leider keine Konkurrenz. Top-Organisation. Top-Orga. Sehr schön. Alles sehr überschaulich und verständlich auch. Weil man steht ja unter Strom und kriegt das eine oder andere gar nicht so mit. Warne. Ist doch noch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist doch noch nicht. Ich weiß nicht. Ihr Industrial-T� хорош seid. Ach so España, zu Herz PVN. Ja an têm parking İn humanity! Nein! Da gerade nachschuание, zum temporaryоть wird? Einen writtenen, öppertes übrig teethwecking, einfach gut mit observanträchtigungen. Wir sehen factor sind uns fertigare том.